8 Liter Fußballturnier beim PSV Münchenhaus. Mein Name ist René und ich bin der Geschäftsführer der aufrichtigen Klinik, unser Schildertal im Wesen. Und die, die gestern schon bei uns waren, durften ein ganz tolles Eröffnungsspiel zur EM erleben. Mit einem Sieg unserer Mannschaft 5 zu 1 und ich glaube alle, die da waren, die haben eine ganz positive Sieg mitgegeben. Ja, ich freue mich, dass wir heute das Asklepios Fußballturnier hier in Seesen ausrichten, nachdem wir letztjähriger Fußballmeister geworden sind. Und insbesondere ist es eine wunderbare Abwechslung, ein toller Teamgeist im Konzern, hier heute zwölf Mannschaften begrüßen zu können beim PSV Münchenhof. Zeitdiskussions Ja, ein tolles Fußballturnier bei doch noch strahlendem Sonnenschein geht heute zu Ende. Wir selber haben den dritten Platz, sind zwar ein bisschen traurig darüber, aber gratulieren als erstes natürlich sportlich der Gewinnermannschaft, freuen uns, dass das Turnier auch unfallfrei zu Ende gegangen ist. Wir danken den zahlreichen Helfern, 35 an der Zahl, die diesen Tag hier ermöglicht haben. In jedem Fall auch Dank an den TSV Münchenhof. Wir freuen uns, dass die Musikanlage dank des Turniers hier auf dem schönen Gelände bleibt. Wir haben uns auch über das zahlreiche Feedback gefreut, über den hervorragenden Platz. Und es war eine ganz tolle, gelungene Veranstaltung, die neben dem Arbeitsalltag einfach mal für Abwechslung sorgt, ein super Zusammenhalt und wir hatten eine ganz tolle Zeit hier. Und es war eine ganz tolle Zeit, die wir haben,